Ja, Herr Dulle, ihr könnt noch von Hürrle-Wesen vertellen und laut man noch's kommt. Ja, ich heite Helmut Dulle, bin 1965 geboren und mein Opa war es noch Hürrmann. Und wir haben das früher als Junge, bin ich immer mit unserem Papa, unserem Papa war es Handwerker oder ist Handwerker, Mürker und Friesenlecken, möchte ich dann so auf das mit, zur Helden. Und dann können wir uns mal wie die Burden und man können auch wie die Hürrle, zur Arbeiten. Damals brauchte man nicht mehr Hürrle-Wesen, das war's dann so, ne? Ja, und dann können wir noch wie die Öllerin und die vertellen einen dann wieder, das hat dann früher so was mit, oh, da war's ja eh dann wie die Burden, die Hürrle, die kriegen ja immer Schelle. Und immer, wenn wir ein Gräs machen wollen oder ein Körn machen wollen, dann können wir die Burden in den Stuben, wie den Mittagessen, wie Gott, wie die Körn, wie du malen. Aber Burden, wir wollen doch von da, die Hürrle, auch malen. Die Nächste, erst kommt Hürrle, dann könnt ihr sein Video-Wag wegkriegen. Und dann sehen die Mutter dann in den Hürrle, aber Burden, eines Tages, wenn du in den Himmel kommst, dann darf der Herrgott dir das mal retten. Du, dann will ich dir genau sagen, wenn wir in den Himmel kommen, dann rief ich auf die Hürrle.